Jurassic World Ja man sieht das Logo nicht ganz aber es ist hier Der Jurassic World 2 kann nicht sein Nee Jurassic World Ich bin schon voll wieder beim Filmen Beim zweiten Teil So Ding haben wir gleich geschafft Jetzt fahren wir nochmal kurz hoch zum Eingang wegen Zeit Alter ich muss hier was machen Ich müsste das... Alter warum ist das so schief Ist ja voll krank Sorry 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 Und we Did it Nice Kohle 100.000 Das ist eine wertvolle Eigenschaft Vor allem hier in der Gegend Jo So das erste was ich jetzt mache ist Im Moment Im Moment 150 Ah da bin ich gleich wieder komplett pleite Nee das erste was ich jetzt nicht mache Ist das ist 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 das erste was ich jetzt mache Ist nochmal ein Auftrag Das gebe ich doch gar nicht Ich würde Ihnen stark empfehlen Diesen Auftrag anzunehmen Das kriege ich auf die Reihe Sehr vorige Expedition zu Gabor steht durch Scheißegal wohin äh scheißegal okay Wir müssen nach anderen Dinosaurien suchen die wir domestizieren können Oder besser gesagt die wir in die richtige Richtung lenken können Ja Wir kontrollieren sie indem wir sie sich selbst kontrollieren lassen Anhand ihrer natürlichen Hierarchie Darum brauchen wir mehr Proben Diese Expedition kann helfen Okay Quarry und Anklo Irgendwas keine Ahnung wie die Viecher heißen Wat weiß ich Quarry und Ankli bla Könnt ich ja dat dat Quarry ja ich glaube ich geh hier hin zu der Seite weil hier ist das billiger Okay So schließe ich mehrere Expedition ab Das kriege ich hin Weil ich muss jetzt ein bisschen auf Auf äh Sicherheit gehen und dann kann ich auch ein bisschen auf Unterhaltung gehen Obwohl Unterhaltung ist Sind diese zwei Zerosaurus Penner toll Ist ja ganz toll Die kostet so extrem viel äh 727 Einer nämlich Oder irgendwo mit 700 halt 781 Wenn ich jetzt die aber jetzt irgendwie weg tu jetzt so weiß ich nicht die Gene von den Kack 600 aha 500 500 Es ist auch noch ein Hauf Masche Ist auch noch ein Hauf Masche H Half Masche Hab ich nen Schutzramp gerade? falls jetzt wirklich ein Sturm kommt. Irgendwann mal. Wäre ich natürlich nicht. Ah, toll. Geil. Aber ist eigentlich egal. Naja, egal ist es nicht, aber so zu sagen, weil die Sturmabwehr geht ins Hammer, haben wir ja überall. Also so ist es ja alles safe, wenn man so nimmt und so sieht. Okay, ab jetzt werde ich die Dinge auch nicht mehr, genau, werde ich auch nicht mehr alles verkaufen und jetzt werde ich wieder forschen. Weil dann kriege ich die bessere hin. Und ein paar Dinge sind sowieso dabei, was ich sowieso verkaufen nur kann und dann werde ich die verkaufen und dann könnte es ja sein, dass ich mal wieder ein bisschen mehr ins Plus komme. Also ein bisschen mehr als 1000. Alter, 1000, das ist nicht wahr. Einfach fucking 1000, neue, ohhhh. Kollege Spark nice. Ich weiß nicht, warum ich immer hier warte auf die Typen, wenn ich sie machen muss. Ok. Okay, verkaufen kann ich daraus nichts. Super. Aber egal, 10.000, Studio, warte, Studio Hitzitzitzitzitzitz schon wieder. Den habe ich ja schon die ganze Zeit. Den baller ich nicht noch mal auf. Nein, den baller ich jetzt nicht auf. Den verkaufe und den anderen baller ich auf. Zack, zack. Den kann ich sowieso nicht verkaufen, weil der Markt nix hier dabei und ja, dann kann ich den eh extrahieren oder was auch immer, wie die da meinen. So, und dann könnt ihr gleich noch mal los. Und zwar, da wart ihr gerade, dann könnt ihr jetzt zu Kori, dann könnt ihr gleich. Ja, diesen Kori-Ding baue ich sowieso. Diesen Kori-Kollegen baue ich sowieso. Genau, okay. Die Futterstationen müssen aufgefüllt werden, alles klar, kriegen wir hin. Und lange wird es nicht mehr dauern, bis irgendwer von den Typen auch Hunger bekommen wird. Toll. Ja, da kriegen wir auch hin. Das ist nicht wahr. Ich flipp aus. Ich flipp aus. Okay, Gesundheit. Ja, es tut mir leid, man. Ich kann jetzt gerade nichts für. Ich muss warten, bis die zurückkommen, dann baue ich die Kohle. Oh Gott. Ich hasse diese, ich hasse die, die, die Insel hier gerade. Ich hasse sie so sehr. So, so fucking schwer war das nicht bei, 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 bei der, okay, es war die Tor-Torial-Insel, die man so sehen will. Und ja, ich will gar nicht wissen, wie das da mit den anderen, weil es sind ja noch, drei Insel sind es noch. Eine habe ich auch schon freigeschaltet, aber die ist es sowieso. Man hat gar nichts, man hat keine Kohle und gar nichts. Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Und zwei Insel, die muss ich auch noch freischalten. Glaube ich, oder? Kann man nachschauen? Äh, drei Insel muss ich noch freischalten. Ach du Scheiße. Katastrophen-Insel, geilste Insel, weil es das ja alles auch ist. Und ja, das meine ich hier, ist auf der Insel, auf der alles begann. Sowohl Jurassic Park als auch Jurassic World wurden hier errichtet. Oh, es liegt an ihnen, in der Sandbox vorzuführen, woran andere zuvor gescheitert sind. Wat meint ihr jetzt mit Sandbox? Oder Sandbox, ist ja egal. Meint ihr jetzt mit Sandbox, äh, ist das jetzt, die meinen schon hier, dass man hier von Null anfängt und nix hat und gar nix, oder? Aber wie will man dann von nichts was erreichen? Braucht man irgendein Anfangskapital, braucht man ja. Oder ist das irgendwie die Insel, äh, die Insel müsste den Gästen mehr unterhaltsame Dinge und mehr sauber beten. Entschuldigung, ich bin grad dabei beim Ausbrüht, aber ich hab grad keine Kohle ausbrüht, meine ich. Oder ist es jetzt hier doch so, dass man, äh, alles machen kann und ohne unendlich viel Kohle, das wär geiler. Das wär viel geiler, als wenn ich hier immer auf die Kohle schauen muss, weil das ist... Beschiss. Das ist einfach nur Scheiße, wenn ich hier immer auf die Kohle schauen muss. Aber gut. So, ich muss bis jetzt auch noch immer warten. Oh mein Gott, Wilhelm braucht ihr. Ja, danke. Okay. So. Ich weiß jetzt nicht, soll ich was verkaufe? Ich brauch Kohle. Okay, dadurch haben wir schon mal, jawoll, 230.000. Warte. Warte, 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 warte. Bevor ich wieder die Kohle ausgebe für Sachen, was ich vielleicht noch bereue, mach ich sagen, was ich nicht bereuen kann. Jede Gelegenheit birgt auch Risiken. In diesem Fall haben Sie eine Gelegenheit genutzt. Gut gemacht. Danke. Nur wenige sind diese Aufgabe gewachsen. Hä, warum verbaut? Die Sicherheitsabteilung überreicht Ihnen eine Belohnung, weil Sie auf Isla Muerta diese Aufgabe eindeutig bewältigen konnten. Belohnung war das, was ich gerade gekriegt habe, oder war das die Belohnung gewesen? Ich will noch mal eine Belohnung. Ich will viel mehr Belohnung. Dermot. Okay. Ich mag diesen Auftrag. Das sollten Sie auch. Das kriege ich Auftrag, Gott sei Dank. Erstellen Sie, dass fünf Minuten lang keine Gäste von Fleisch getötet werden. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem, weil ich habe immer Fleischfräße. Also, wenn so einfach die Dinger wären, das wäre easy going. Oh, ich habe schon wieder Minus. Ich freue mich den Arsch ab. Kann kein Eingedämmner, tolle Wurst. Na, tolle Wurst. Ich habe so ein Gefühl, ich muss hier die Scheiße verkaufen. Ich habe so ein Gefühl, ich kann nur das verkaufen. Ernsthaft? Ernsthaft? Das ist sogar sehr hohe Qualität. Oh Gott, ey. Ja. Ich kann es nicht erforschen, weil ich keine Kohle habe. Geil. 5.000 Kann... Habe ich genug Kohle, dass ich den heilen kann? Eher nicht, oder? Wie ich die Kacke kenne. Dann komme ich mit... Dann komme ich in Minus 20.000. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Warum ist die Scheiße nicht beschädigt? Warum kann ich die heilen? Wir prüfen sie, ob sie in diesem Internet befinden. Wat? Oh, dann mache ich es selber. Jesus. Fuck. Ass. Hier, dann mache ich es selber. So. Hm. Warum soll ich das reparieren? Das sieht doch normal aus. Keine Ahnung. Produktbericht von Station eingegangen. Natürlich sind schon jetzt zwei krank. Ja, tolle Wurst. Hä? Was? Aktion? Nee. Ich kann ihn nicht heilen. Ich kann ihn nicht heilen. Ja, geile Ding. Oder? Aktion. Aktion ist, er schießt. Oder er will schießen. Ich habe kein 10.000 Grad. Das ist das Problem. Das ist scheiße. Ich habe fast 10.000. Ach so, der kommt. Ach du Scheiße. Ist ja noch schlimmer. Der kommt gar nicht hier hin. Okay, weißt du was? Da kriegen wir hin. Ciao. 18.000. Ach so, genau. Weil ich den Ding verkauft habe. Okay. Ja, du behandle mal den. Und dann kannst du auch gleich... Alter, es sind schon drei. Ich flipp aus. Ich flipp aus. Heil den. Komm schon. Mach die Zeit weg, Mann. Ich brauche die scheiß Kohle von dem Auftrag. Alter. Es ist nicht einfach, ey. Und ich bin schon der Minus. Geile Ding. Bin ich schon wieder so auch Minus? Nee, nicht ganz. Oh mein Gott. Okay, den kann ich jetzt gar nicht heilen. Geil. Lass mich grad, bis die Zeit weg ist, da wird er gleich wieder... ein paar verkühlen. Ich seh es. Komm. Ja, guck. Das meine ich. 2 sind schon wieder verkühlt. Ja, wann ich mich eigentlich verarsche? Wie viel kriege ich denn für den Scheiß? Wie viel kriege ich für den verkackten Auftrag? 100.000. Ah, wenn es irgendjemand. Okay, es lohnt sich aber. Ach, der war dann sowieso gerade. Okay, passt. Ich bin doch schon der Minus, oder? Hä? Wie kann ich gewinnen pro Minute? What the fuck? Ich merke aber grad, wie die Minuszahlen hier grad aufsteigen wieder mal. Okay, jetzt wird er doch nicht. Und das kommt mir schon an. Ich kann nichts machen. Ich kann auch nichts verkaufen, dass ich irgendwie Kohle kriege oder so. Ich kann schon wieder nichts machen, weil das mir da keine Soap braucht. Eine Minute. Come fucking on. Come fucking on. Und wie soll ich die Unterhaltungsmissionen machen? Weil, äh, für die Unterhaltungsmissionen brauche ich Kohle. Und ich kriege dann zwar auch Kohle, aber ich brauche zuerst Kohle. Also, ich muss zuerst Kohle ausgeben und dann kriege ich Kohle für Belohnung. Das ist auch scheiße. Goddammit. So, komm jetzt. Heil ihn. Ich verfluche diese Scheiß-Warten. Ich schalte, dass man hier nicht irgendwie Zeit vorspulen kann oder so. Also, vielleicht geht's, aber ich weiß noch nicht wie. Kann auch sein. Komm, 20.000. Das ist kein Problem, endlich mal. Weil ich krieg für den Kack zum Glück 100.000. Für so eine Easy-Going-Mission. Zum Glück. Und wieder zwei. Ist eh klar. Jetzt heil die endlich, Mann, bevor ich verrückt wäre. Ich dachte, ich komm nur da. 100? Hä? Heil die einfach. Der Rest ist mir scheißegal. Heil die einfach. Ich bin zufrieden, wenn du die heilst. Okay. Wie ist es eben aus? Okay, wir sind immer im Plus. Sehr großes Wunder. So, diese Scheiße. Yo, Unterhaltung. Ja, Unterhaltung ist sowieso das Ding. Drei Worte. Auftrag? Sie? Ja. Ich bin zufrieden, das ist ein Fossil eines kleinen oder mittleren Pflanzenfrisses. Okay. Okay. Aber ich kann nicht mal eine Exposition jetzt, glaube ich, machen. Weil ich spiele zu wenig Kohle. Kann das sein? 60.000. Das ist das Billigste. Das ist so legerlich. Das ist so fucking scheiße. 43. Okay. Es geht hoch wenigstens. Bisschen. 3 oder 19, ey. 4. Ich kann nicht mal. Ich kann nicht mal noch einen neuen machen. Pfff. 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 Hä? Warum habe ich jetzt noch 28.000? Ich hatte gerade... Pfff.